Zum Thema Angst habe ich gestern kein Video hochgeladen. Warum? Weil ich bereits vorgestern meine Angst überwunden habe. Es gibt natürlich noch viel mehr Dinge, in denen ich meine Angst stellen muss, aber solange mein Arzt sagt, du darfst diese Bewegung noch nicht machen, darf ich es auch nicht. Angst ist ein sehr wichtiger Faktor beim Parcours. Er ist lästig und nützlich zugleich. Ich kenne Leute, die haben besonders wenig oder besonders viel Angst. Aber ich habe auch beobachtet, dass Leute, die mindestens halb so viel Angst haben wie ich, sich noch nie verletzt haben. Das soll was heißen. Kinder, die mit 12, 13 Jahren mit Parcours angefangen haben, kennen diese extreme Angst, wie sie Erwachsenen haben, nicht. Sie denken nicht lange über Konsequenzen nach, haben mehr Mut. Böse Zungen könnten diesen Mut Naivität nennen. Meine Angst entsteht sehr rational. Ich kenne meine körperlichen Barrieren. Ich weiß sowohl, wie weit ich maximal springen kann, als auch, ab welcher Distanz eine präzise Landung unwahrscheinlich wird. Durch Training kann ich diese Grenzen verbessern, ohne auch nur meine Angst überwinden zu müssen. Bei den Public Meetings in Hamburg wird Angstfreiheit neuerdings mit Russenpower synonym gebraucht. Wer Russenpower hat, wagt gefährliche Strunts als Erster, setzt gerne noch oben einen drauf, lernt Sachen sehr schnell und bekommt alles irgendwie hin. Schneller als andere, teilweise auch besser. Die sind meistens auch etwas kräftiger, wenn sie den Mut denn mal gepackt hat. Wenn ich wieder die Gelegenheit habe, mich meiner Angst zu stellen, dann tue ich das Schritt für Schritt. Ich vereinfache die Übungen, spalte sie auf oder schaffe mir Bedingungen, in denen ich nichts befürchten muss. Das Risiko, sich dabei zu verletzen, ist mir einfach zu groß. So scheitere ich vom Kopf her immer noch an folgenden Übungen. Stangenpräzis, Safetywalls über rutschige Stangen, Walls allgemein über Stangen, denn man könnte mit einem Fuß hängen bleiben. Sich irgendwo hochziehen, während man keinen sicheren Stand hat, besonders hohe und weite Sprünge, Flugrolle ohne weiche Matte, Frontflip ohne Trampolin oder Wasser und den Backflip.